Richtung Licht, also da hinten ist Licht, da ist eine Seilbahn, okay, das gefällt mir nicht, das hatten wir vorhin schon. Da kommt bestimmt die Ledekracher, die fliegenden reifen nicht an. Licht, ihr Vögel, Licht! Ja, jetzt habe ich mir auch gedacht. Hm, aus welcher Richtung wir jetzt willkommen? Von unten, super, das habe ich nicht erwartet. Lassen Sieg auf der Kabel. Wir wollen wieder ein, das ist nicht, dass wir hier nicht mehr oder wir jetzt noch wissen, was wir kommen noch mal wieder, die wir in den Bordern getrennt. Das ist das, was wir eigentlich an der Kabel extremisten. Das ist einfach, was wir jetzt an, dass wir nicht wissen, dass wir nicht wissen, dass wir nicht mehr Zeit haben, was wir nicht mehr Zeit sind, um so weitergehen. Hallo? Hörst du mal auf? Das ist unfair. Oh nein. So ein Dreck. Die fünf Meter. Ah, kurz warten, dass wir etwas geheilt sind. Okay, mehr wird wohl nicht. Ja, das kannst du laut sagen. Das kann man so heute mal hingehen. Hm. Keine Ahnung, das ist egal. Dieses Spiel hat eine Physik-Engine. Man kann Dosen umschießen. Mit mich habe ich das gerade geschafft, aber es kommt irgendwie nicht so. Flashbang, Bitches. Das sollte so nicht passieren. Das ist nicht gut. Scheiße, ich renne. Licht. Ha, 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 ha. Calvary Lake. Okay. Der acht tiefste See der Welt. Ja. So, gleich sollten wir doch... Angekommen sein. Oh nein. Die Brücke kenne ich doch. Okay. Mach. Mach. Mich. Mich. Fertig. Mach. Ich hab das doch nur gleich gemacht. So, hier war ein Pfeil. Okay. So Pfeil, so gut. Was ist das hier? Überall irgendwelche Überreste von... ... alten Brücken? Okay. Mach. Was ist das? Ach, muss ich bitte. Okay, das ist dann passiert. Wieso sollte der Boss auch glücklich sein, wenn er meine Frau entführen lässt? Hm. Spannend. Okay. Das ist funky. Zugemault. Zugemault. Tom, 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 Tom. I miss you, Tom. Tom, Tom, wer ist Tom? Ah, Tom Zane. Cynthia Viva und Tom Zane. Cynthia Viva war die Lampenfrau, oder? Das ist so geil. Cynthia? Curious you, Tom Zane. Das ist so geil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich hier sein sollte, aber ... Ich bin jemanden von TД. Ich bin jemanden von T-Grek. Ich bin jemanden von T-Grek. Ich bin jemanden von T-Grek Film. Ich bin jemanden von T-Grek. Herr Verbiets kann man sein. Sie werden nicht die Viren. Sie werden schnell bei mir nicht nennen. Das war's. Das war's. Das war's. Das ging noch einigermaßen. Zwar einiges hat Spezialmunition verbraucht, aber hey. So. 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 Wo muss man dann? Da müssen wir irgendwo hin. Darunter. Alles klar. Das war's, glaube ich, tatsächlich nicht richtig, da reinzugehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Das war's. Oh. Das war's. Oh. Das war's. 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 Was zur Hölle Ja, das war einmal ein ganz tolles WTF-Ende. Ja, das ist das Ende von Episode 3. Wir sehen uns wieder, wenn ihr es denn wollt, in Episode 4. Und bis dahin, auch sanfte Träume.